Für den ersten Stempel, dieses Mal kriege ich drei Himibären und eine Pokémon-Begegnung, denn ich musste fünf Wetterverstärkte Pokémon fangen und bald können wir ja auch in diesem Video schon die neuen Quests sehen, die für die nächsten neuen Monat kommen, mit den neuen legendären Pokémon, ja, das wisst ihr sehr wahrscheinlich schon, Gurgel und Groudon kommen, das heißt, eventuell können wir den ein oder anderen davon in diesem Video sehen. Dann, eventuell gibt es wieder Latios und Latios für mich, mal gucken, wen ich kriege, ich hoffe natürlich, dass ich einen der drei bekomme, die ich noch nicht habe, aber das sehen wir ja dann in sechs Tagen für mich und das ist ein Quapsel, das habe ich gefangen, da schaue ich mir noch die Bewertung an, es ist schlecht, also wird dieses Quapsel verschickt, Schüss Quapsel, weg mit dir. So, dann hole ich mal den nächsten Stempel ab und dann zeige ich euch gleich noch mehr in diesem Video, denn ich habe vielleicht vor, hier ein bisschen mehr zu zeigen und das ist leider nur ein Nebulag für drei großartige Würfe. Wir werfen natürlich auf Nebulag auch großartig, denn es gibt eine kleine Mini-Forschung von Professor Willow, das wurde ja auch angekündigt. Und ja, ich habe schon wieder Leaks gesehen, sehr wahrscheinlich werden die Stimmen und ich muss ehrlich gestehen, diese Mini-Forschungen, die Leaks, ja, die sind nicht so spektakulär irgendwie. Auf jeden Fall erstmal die Aufgabe auch hier erfüllt, mit fange zehn Pokémon, weil ich Nebulag gefangen habe und jetzt kriege ich noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Genau, so, Nebulag war schlecht, wurde verschickt und dann gehen wir hier auf Spezialforschung, das ist die neue Forschung zum Durchstarten. Die ersten beiden Aufgaben habe ich gemacht, fange drei wetterverstärkte Pokémon mit 5000 Erfahrungspunkten und halt einen neuen Freund hinzufügen, kriegt eben noch ebenfalls nochmal 5000 Erfahrungspunkte und dann versuche ich halt noch das Ei zu brüten und dann zeige ich euch, was hier passiert. Ihr seht es hier nochmal für alle, ich habe alle anderen schon erledigt. Ich hoffe, das geht easy hier von der Hand und ja, ich versuche die halt hier mit in dieses Video einzubinden. Ich denke mal, aber ich werde es nicht komplett schaffen, bis, ähm, ja, bis zum nächsten Durchbruch fertig machen. Das heißt, nächste Woche wird es auch nochmal Teile davon geben, denn laut dem Leak muss man halt ein legendäres Pokémon aus dem Raid oder aus dem Forschungsdurchbruch fangen. Das heißt, sehr wahrscheinlich muss ich bis zum Durchbruch warten, die Aufgaben machen und dann muss ich die anderen Teile machen. Aber das sehen wir ja dann alles in den nächsten Videos. So, dann mache ich erstmal die nächsten Stempel, bevor ich dann noch zu der Spezialforschung komme. Und was habe ich hier drin, Feines? Ein hoffentlich gutes Pokémon. Und ein Meditea ist jetzt nicht das krasseste, aber nehmen wir uns natürlich mit, gönnen wir uns und hoffen, dass es gute IV hat. Mal gucken, das hat nicht geklappt mit dem Werfen und dem Treffen, deswegen probieren wir es nur nochmal. Und dann holen wir uns noch ein paar Belohnungen ab, denn wir wollen ja die Spezialforschung schnellstmöglich abschließen. Sehr wahrscheinlich nicht in diesem Video, wie schon in den anderen Clips gesagt. Aber wir sind schon einen Schritt weiter und deswegen gucken wir mal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, das ist schlecht. Dann hole ich mal mit der nächsten Puppe und wir gehen nur in den vierten Stempel ab und dann schauen wir mal, was ich für morgen für eine tolle Quest euch zeigen kann. Denn die sind ja dann geändert. Ich muss mal heute welche sammeln und hier kommt mein Pfiffchen raus. Nehmen wir natürlich noch mit. Leider kein Shiny, das fehlt mir noch in Shiny. Großartig geworfen, Bewertung können wir auch noch abchecken, weil ich nicht genau hundertprozentig weiß, wie gut das von der Bewertung her ist. Und klasse, Pfiffchen wurde gefangen, ist sogar der erste Fang des Tages. Und die Einser-Serie, also das heißt, ja, gestern habe ich halt die Siebener beendet und heute fange ich wieder neu an. Das ist leider schlecht und wird verschickt. So, bevor wir uns den nächsten Stempel holen, machen wir mit dieser Forschung ja weiter, denn wir kriegen eine Pokémon-Begegnung. Glückseier, zwei Stück und nochmal 15.000 Sternenstaub. Und natürlich nochmal 5.000 Erfahrungspunkte, was natürlich wichtig ist. Und dann rufen wir alles ab, holen uns alles. Genau, Glückseier, Sternenstaub und ein Dratini. Ich habe keinen Plan, ob es gut oder schlecht ist von der EV her. Werden wir gleich sehen. Wir fangen das einfach mal. Und ja, mal gucken. Dratini ist ein seltenes Pokémon, leider kein Shiny. Schade. Ich weiß nicht, ob es Shiny sein kann, deswegen schreibt es doch gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Oder hattet ihr ein Shiny oder wie ist es bei euch gelaufen? Wie weit seid ihr schon mit dieser neuen Aufgabe? KP ist das Beste. Naja, kann man verschicken. Leider schlecht. Schade. Und dann machen wir weiter. Wow. Hast du da ein Dratini gefunden? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon. Ich glaube, dieses Dratini könnte ein guter Freund von dir werden. Nehmt euch doch ein wenig Zeit zum Kennenlernen. Bitte du folgendes. Verdiene ein Bonbon, wo du spazierst mit deinem Kumpel. Mach einen Schnappschuss von Dratini. Entwickle ein Dratini. Oh je. Ich hätte es doch nicht verschicken sollen. Ich trottel. Und es gibt einfach ganz viele Dratini-Bonbons. Und so weiter. Aber das Positive ist, ich habe noch einen Dratini in den Begegnungen. Und das könnten wir theoretisch dann durchentwickeln. Und das Foto mache ich aber auf Screen. Es gibt einen Raidpass und so weiter und so fort. Sternenshop, Wiederglückseier. Machen wir alles gleich. Aber wir holen erstmal den Stempel. Oder ich fange mit euch das Dratini noch. Und den Stempel. Denn hier ist noch ein Dratini drin. Das müssen wir jetzt mal verfangen. Ich habe es einfach aufgehoben für die Drachenaufgabe. Aber nein. Nein, nein. Die kommt ja nicht. Die selten aufgehoben. Weil ich dachte immer Drachen-Pokémon zu haben wäre gut. Und positiv. Und das ist noch schlechter als das andere. Aber wir werden das jetzt durchentwickeln und dann verschicken. Alles in diesem Video. Das wird heute ein bisschen länger dieses Video. Sehr wahrscheinlich. Äh. Wieso ist das besser als das andere? Keine Ahnung. Wir können es ja mal entwickeln und dann verschicken. Später, wenn es doch schlecht sein sollte. Entwickelt Dratini. Das heißt, wir können da auch noch die Sachen abholen. Schnappschuss kann ich offline machen. Und. Und. Bonbon holen wir auch noch ab. Das heißt. Zum Einlösen sehen wir uns dann wieder. Wenn. Das war es schon. Ich habe es schon geschafft. Und das kann ich dann später erstmal behalten. Genau. Und jetzt noch schnell den fünften Stempel holen. Vor der Clip noch zu lang wird. Und die Erfahrungspunkte muss ich doch gleich mitnehmen. Genau. Hier gibt es aber nichts spektakuläres. Nur ein Manky. Gönnen wir uns auch, wenn man werfen und treffen könnte. Genau. Jetzt aber mit Schwung auf großartig gehen. Naja. Nicht ganz so großartig. Das heißt, ich kann auch zwischendurch, wenn keine Pokémon mehr kommen, die ich fangen kann, meine Stapel-Pokémon abholen und wieder frei und Platz machen. Wobei ich das mit einem Sternenstück machen sollte, weil da noch einige weiterentwickelte Pokémon drin sind. Den verschicke ich natürlich auch, weil das schlecht ist. Und dann soll ich schnell die Erfahrungspunkte abholen. Genau. Die Erfahrungspunkte noch gegönnt. Und dann gucken wir mal, dass wir die Aufgabe schnell vorangetrieben kriegen. Und bis zum nächsten Clip. So. Den sechsten Stempel abholen. Da gibt es jetzt 500 Sternenstaub. Und dann können wir weitermachen mit der neuen Forschungsaufgabe. Und zwar folgendes. Das heißt, ich kriege jetzt hier zweimal 30 Ratini Bonbons. Dafür kriege ich einen Raid Pass. Äh, 15.000 Sternenstaub und zwei Glücks eurer Belohnung abrufen. Da seht ihr es nochmal in groß. Und was sagt ihr? Beeindruckend. Dragonia ist ein mächtiges Pokémon. Lass uns Dragonia kampfbereit machen. Du kannst entweder gegen andere Trainer antreten oder mit ihnen zusammenarbeiten, mächtige Raid-Bosse zu besiegen. Bitte du folgendes verwende. 10 Power-Ups bei Pokémon. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga. Kämpfe in einem Raid. Okay. Müssen wir dann alles mal erledigen. Und dann gucken wir mal, was wir morgen alles davon gemacht haben. Und ob wir dann unseren legendären Forschungsdurchbruch noch abschließen können. Und den siebten Stempel abholen. Erstmal hier den Stempel für Fange 10 Pokémon. Und natürlich quatscht der Professor nicht wieder zu. Und dann gönnen wir uns Kabador 113 Wettkampfpunkte. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich glaube nicht, weil das ist sehr wahrscheinlich schlecht. Aber ich zeige ja immer meistens die Bewertung. Also ich weiß, was gut ist und was schlecht ist. Das ist mir schon klar. Aber ich weiß halt nicht, wie viel genau das jetzt hat. Ich weiß halt, dass es eines der Besseren ist. Aber naja, erstmal behalten. Dann können wir uns den Forschungsdurchbruch holen. Durchbruch, Sternstaub, Sananabären. Oh je. Das war eine schlechte Belohnung. Hoffentlich gibt es ein gutes Pokémon für mich. Begegnung beginnen. Und da ist endlich. Latias. Danke. Thank you. Thank you very much. Spiel. Danke, dass du mich erhöht hast. Jetzt muss ich nur noch Grodon und Kyrogo bekommen. Aber bei meinem Glück kriege ich eh wieder den Blauen beim nächsten Mal. Und nicht die, die ich brauche. So. Und dann bleibt es nicht drin. Großartig. Sehr gut. Komm. Bleib drin. Bitte, bitte, bitte. Danke. Ja, ich habe keine Sananabäre geworfen. Weil er einfach abgefuckt hat. Ich habe nicht so viele Bälle verworfen. Aber erstmal neuer Pokédex-Eintrag. Gegönnt. Yay. Sehr schön. Bewertung ist, ich weiß es nicht. Ich gucke mal kurz. Verteidigung. Naja, wenigstens immerhin ein guter erstmal behalten. Und dann hole ich mir hier noch die Erfahrungspunkte ab. Und da müssen wir mal gucken, wann ich gegen einen kämpfen kann von meinen Kollegen. Und wann ich einen Rate machen kann. Ich hoffe, es gibt einen einfachen, den ich morgen machen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.